Auf der IAA 2021 in München wurde ein vollautonom fahrender ID-Bus von Volkswagen vorgestellt. Den möchte ich mir mit euch zusammen jetzt mal anschauen. Wenn euch das interessiert, sehen wir uns gleich nach dem Intro. Willkommen auf dem Kanal ElektroCamping, dem einzigen Kanal, der die Elektromobilität mit Camping verbindet. Hi, mein Name ist Stefan. Wenn du Camper bist oder noch einer werden möchtest, darfst du gerne diesen Kanal kostenfrei abonnieren. Aktiviere auch die Glocke, damit dich YouTube immer wieder darauf hinweist, dass ein neues Video zur Verfügung steht. Ich werde immer wieder gefragt, woher ich diese T-Shirts habe. Ich verlinke euch das unten, gibt von SeedShirt einen Fanshop von mir. Da gibt es diese T-Shirts und auch viele andere und Tassen und Hoodies und alles mögliche zu erwerben. Werde ich euch verlinken. Wenn ihr den Kanal darüber hinaus unterstützen möchtet, könnt ihr auch eine Mitgliedschaft abschließen. Dann werde ich euch da oben ein Video verlinken, in dem das Ganze erklärt wird. Aber jetzt wollen wir nicht weiter uns aufhalten, sondern uns den ID.Bus in einer vollautonomen Version von der IAA 2021 von München anschauen. So, und da ist er. Der ID.Bus vollautonom. So, da können wir ein größeres Zoomen. Was fällt uns schon mal auf? Ja, im Großen und Ganzen kennen wir das Design. Das Design ist auch sehr nah dran an dem, was die Bild-Zeitung oder die Autobild gesagt hat. Werde ich euch auch verlinken. Und was wir auch schon seit ein paar Wochen und Monaten kennen. Also, ich glaube, wo wir uns auf jeden Fall damit, ja, anfreunden müssen, ist, dass hier diese Verbindung zwischen den beiden Scheinwerfern kommen wird. Es wird nicht so sein wie in der Studie, schauen wir uns mal kurz nochmal die Studie an, hier, dass hier keine Verbindung da ist. Werden wir uns auch davon verabschieden, also, dass das Logo nicht leuchtet, wussten wir schon länger. Aber auch, dass es nicht so groß und präsent in der Mitte steht. Also, auch das wird jetzt dieses neue VW-Logo sein. Schauen wir uns hier nochmal an. Das neue VW-Logo. Und auch etwas kleiner. Das Nächste, was viele Leute immer beim ID.Bus kritisieren, ist, dass hier vorne diese Kühlerhaube so vorsteht. Ein ähnliches Bild. Hier sieht man es ganz deutlich, dass die Kühlerhaube vorsteht. Dass man sagt, ah, in der Studie war das so cool, da war das hier ein Element und geradeaus runter. Jetzt habe ich mir nochmal die Bilder von 2018 angeschaut. Und wenn ich mir hier die Kühlerhaube anschaue, gut, sie steht nicht so weit vor, alles richtig. Aber sie steht auch vor. Also, so richtig Kerzen gerade runter geht es auch hier nicht. Also, sind sie schon ziemlich nah, alles an der Studie dran, würde ich jetzt mal sagen. Genau. So. Gehen wir weiter. Von hinten gibt es, glaube ich, auch nichts Neues. Diese Lichter sind Standard. Hier ist natürlich trotzdem noch viel verklebt. Wir wissen jetzt nicht, ob es hier wie beim ID.4 eine Verbindung der Lichter gibt, die irgendwelche coolen Elemente haben wird oder nicht. Auch vorne sehen wir das noch nicht. Aber ich glaube, die Form, so wie sie jetzt ist, von der umklebten Form, können wir auch mal ein bisschen größer nochmal machen. Das ist der finale ID.Bus. Also, genau so wird er uns Ende diesen, Anfang nächsten Jahres vorgestellt. Also, diese ganzen Aufbauten ist klar, muss ich glaube ich nicht erwähnen. Auch hier diese Dinger, die sind jetzt futuristisch oder hier hinten. Diese, wie es gleich im Video gezeigt wird oder gesagt wird, Red Bull Dosen. Auch hier alles, was hier überschraubt ist. Das sind jetzt alles Sensoren, irgendwelche Lasersensoren, Kameras etc., die das autonome Fahren zeigen oder das autonome Fahren möglich machen. Die werden natürlich dann, oder gehe ich davon aus, schon noch verbaut werden. Aber, genau, hier sind die Dosen. Die werden dann schon noch irgendwo integriert. Das sieht man ja, dass das noch nicht final ist. Hier auch dieses Megateil obendrauf. Aber im Großen und Ganzen glaube ich schon, dass das hier der ID.Bus sein wird. Der Grill hier vorne. Die Absetzung, dass das hier so ein schwarzes Element oder in einer anderen Farbe, egal, drin sein wird. Die Lichter sieht man schon. Das sind die, würde ich fast tippen, das sind die Matrix-LED-Lichter. Ich denke, das wird eine Option sein. Aber die normalen LED-Lichter werden auch hier so ausschauen. Die Verbindung wird da sein. Das VW-Logo, das neue, wird hier final sein. Schaut, da ist hier vorne schon eine Kamera mit drin. Die Spiegel, die Proportionen, das wird alles genau so, wird der ID.Bus ausschauen. Könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr davon haltet. Findet ihr den geil, findet ihr den nicht geil? Die Farben sind natürlich auch, gab es zig Farben. Ich finde hier diese Streifen, also Schwarz-Weiß wäre jetzt nicht meins, aber so als Schwarz-Weiß mit diesen verschiedenen Streifen und so weiter drin, finde ich schon auch sehr cool. Also generell vom Muster her. Wie gesagt, Schwarz-Weiß als Farbe wäre jetzt nicht meins. Dann habe ich jetzt euch noch ein Video mitgebracht, das schauen wir uns jetzt mal an. Das Video ist von Dakar Crash Review. Also ich war, wie gesagt, leider nicht eingeladen, bei der IAA mir den ID.Bus anzuschauen. Darum muss ich mich jetzt leider von den YouTube-Kollegen hier bedienen. Aber ich möchte einiges sagen zu dem Video und deswegen spielen wir das jetzt mal ab. Also hier ist es, Dakar Crash Review. Hallo und herzlich willkommen bei Dakar Crash Review. Wir sind heute in einer sehr geheimen Halle in München. Und wenn ihr das so ein bisschen honorieren wollt, ganz am Anfang, bevor es losgeht, abonniert genau jetzt den Kanal. Denn bei uns gibt es jeden Tag neue Autos vorgestellt von der bezaubernden Jessica oder von mir macht das eine gute Sache. Und eigentlich habe ich gedacht, heute sehe ich zum ersten Mal den ID.Bus unverhöht. Ich kann euch einen kleinen Einblick darauf gewähren, aber was eigentlich da ist und was viel spannender ist und was beide Themen verbindet, ja ist das erste Auto, was ich persönlich sehe, was autonom Level 4 fahren kann. Hier ist dann nämlich der ID.Bus als Prototyp, der zu... Autonom Level 4 haben wir ja schon darüber geredet, dass er kommt. Wahrscheinlich 2025, also nächstes Jahr 2022, würde er auf keinen Fall in dieser Version rauskommen. ...mit einer Firma Argo AI, ja hier Prototypen herstellt, die in München rumfahren werden und immer noch mit... Habe ich euch aber auch schon vorgestellt mit dem ganzen autonomen Fahren vom Edison-Bericht damals schon, verlinke ich euch oben nochmal. ...Fahrer, ja aber theoretisch autonom Menschen befördern sollen können. Und da ist dieses Auto hier natürlich ideal geeignet, denn langer Radstand hier natürlich, ne, und gute Ausmaße für einen People Mover. Was es jetzt mit dem ganzen Thema auf sich hat, werdet ihr genau in diesem Review erfahren und da gibt es einen kleinen Kurs am Anfang von mir für diese zwei Weltpremieren in meinem Herzen. Also hier sieht man ganz deutlich die LED-Lichter, wahrscheinlich hier die Matrix-LED-Lichter, die auf jeden Fall eine Option sein werden. Standard wird Standard-LED sein. Hier sieht man auch, Fenster sind drin, das ist nicht die Cargo-Variante gehe ich davon aus, das ist die normale Variante, die einfach hier mit diesen Rippen überklebt sind, mit diesen Rippenklebern. Und dann sieht man ja auch, hier oben die Striche sind richtig weiß, hier sind sie durchlöchert, wie man es auch bei Buswerbungen oder so kennt. Also ich denke, das ist nicht die Cargo-Variante. Fettes Teil obendrauf. Was da links und rechts vom Nummernschild, keine Ahnung, sind das Aufkleber, ne, das sind schon Vertiefungen, ne. Also was die sein sollen, verstehe ich jetzt nicht, oh, das schaut ein Seil raus. Aber sonst klassisch von hinten ein Bus, wie ich vorhin gesagt habe, ich weiß jetzt nicht, ob diese beiden Lichter hier noch, selbst die Lichter sind ja noch verklebt, ne, das sieht man ja. Aber ob die dann zum Schluss verbunden werden, hier noch mit so LED-Elementen oder nicht, wie beim ID.4, werden wir sehen. Aber sonst, ja, ist das der ID.4 von hinten. Schreibt mir bitte in den Kommentaren immer, was ihr davon haltet. Hier von vorne, also unten, die, ähm, diesen Grill, Kühlergrill, sagt man ja nicht mehr bei Elektroautos, haben ja keinen Kühler. Aber dieser Grill, dieser Lufteinlass hier, Batteriekühler nächstes Mal, ähm, ja, der ist schon ganz lang in den ganzen Bildern, äh, geht ja durchs Internet. Also, der wird final sein, ob der hier offen sein wird, wegen irgendeiner Kamera oder, oder System oder was auch immer, mal dahingestellt. Ja, und ganz am Anfang, bevor es losgeht, spreche ich natürlich über unseren Kooperationspartner, das ist GoLeasy. Die werden den natürlich nicht im Leasing haben, deswegen lassen wir das mit der Werbung hier an der Stelle weg. Den ID.Bus werden sie dann in Zukunft haben und der soll Anfang 2022 kommen. Ihr habt ja schon... Gehe ich nicht davon aus, Anfang 2022, ich gehe davon aus, wie ich auch schon in Videos präsentiert habe, der wird Anfang 2022, äh, ist der Produktionsstart, nicht der Auslieferungsstart. 22, Anfang 2022 wird die, äh, Produktion starten, irgendwann im Sommer 2022 geht das Auto zu den Händlern und man geht davon aus, Ende Sommer 2022, Anfang Herbst 2022, haben dann dann die Besteller, hoffentlich auch ich, wenn er geil ist, wenn er final vorgestellt wurde, vor der Haustür stehen. Prototypen gesehen, die Studien habt ihr gesehen. Hier können wir jetzt relativ viel erkennen und, naja, es ist so, ab 2022 wird es dann nicht den People Mover geben, was dann als Transportfahrzeug mit Fenster hinten genutzt werden kann oder für Familien, sondern auch noch gleich die Cargo-Version. Und wir haben euch ja den T7 gezeigt. Der T7 war bei euch, wie soll ich sagen, umstritten. Der hat echt polarisiert. Die einen fanden mega Familien, die... Schreibt mir aber bitte in die Kommentare, T7 geiler oder ID.Bus, was wir bisher wissen, geiler. Wir kaufen denen sofort endlich ein nützlicherer, besserer VW-Bus, den es ja weiter auch jetzt nicht nur auf dem, naja, MQB gibt, sondern auch auf der alten Plattform als T6-1, wo dann noch, ja, die Nutzversionen und auch der California zum Beispiel, also die Camping-Version drauf ist, sondern eben auch als moderne Version, was vieles sehr abfällig ist und das hat mir nicht... Anhand der Schatten da unten und der Verläufe und der Lichtspiegelung, also da geht es schon irgendwie rein, wofür das da ist, fragt mich nicht. Ob man da runtergreifen kann oder... Ich kann es euch echt nicht sagen, könnt ihr mir auch gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, wofür da diese Eindellungen sind. ...fallen dann als besseren... Oder einfach nur Design-Elemente. ...gezeichnet haben, fand ich nicht so gut, aber euer Feedback zu dem Auto war wirklich geteilt und teilweise auch ein bisschen umstritten, aus meiner Sicht. Das Auto gibt es dann auch zum ersten Mal den T7 eben als Plug-in-Hybride, allerdings auch noch mit reinen Verbrennern. Wenn man jetzt hier drüber spricht, ist es was ganz anderes, denn das ist der ID-Bus. Das ist das Auto, was jetzt vollelektrisch, rein elektrisch kommen wird, was auf dem MEB steht, dem modularen Elektrobaukasten, genau der Baukasten, auf dem auch der ID.3, der ID.4 steht. Und wenn ihr euch zum Beispiel mit dem ID.4 ein bisschen beschäftigt habt, wisst ihr, dass es da zum Beispiel zwei Akkugrößen drin gibt. Ganz kurz, Akkugrößen finde ich wichtig, wo ihr jetzt gleich drüber redet. Aber hier sieht man auch mal, wenn man ein bisschen reinschaut, sieht man auch hier, dass man von innen rausschauen kann, dass es nicht wie bei einer Cargo-Transporter-Variante wirklich komplett dicht ist, sondern das nur mit Folie überklebt ist. Das nächste, man sieht ein klassisches, normales Lenkrad. Man sieht jetzt von der Seite nicht die Anzeigentafel, die digitale, mit dem typischen Stell-Vorwärts-Rückwärts-Parken- und Neutral-Gangschaltung oder Automatik, wie es beim ID.3 oder ID.4 ist. Das sieht man jetzt hier nicht, aber vielleicht kommt noch irgendwas, dass man es ein bisschen sieht. Da auch ganz wichtig, nächstes Jahr kommt nur die heckgetriebene Variante raus, die Allrad-Variante kommt erst frühestens 2023 raus. Wissen wir aber auch schon. ...gezeigt mit dem ID.4 GTX zum Beispiel auch. Spannend, aktuell bekommt man 10.000 Euro Förderung bei einem Elektroauto, zahlt nur 0,25% Dienstwagensteuer, unter gewissen Schwellwerten natürlich. Ja, und wenn wir jetzt hier drüber sprechen, dann seht ihr schon, und das ist ganz interessant, dieses Auto sieht nicht aus wie ein Auto, das ihr bisher gesehen habt. Dieses Auto sieht aus wie ein Space Shuttle. Und das ist großartig, denn Volkswagen investiert, also Volkswagen-Nutzfahrzeuge, richtig ins teilautonome Fahren. Das macht man zusammen mit Argo AI. Das ist eine amerikanische Firma, da ist zum Beispiel auch Ford investiert, weil diese ganze Technik, die hier drin ist, so teuer ist. Vielleicht für euch mal ein kleiner Überblick. Wir haben sechs Lidare hier drin, das sind diese kleinen Dinger, die können sich ja quasi Laserstrahlen rausbewegen, wieder zurückbewegen und messen alles aus. Sechs Stück sehen aus wie so kleine Red Bull-Dosen. Ihr seht da oben eine ganz große, an der Seite seht ihr welche. Wir haben elf Radarsensoren, die sieht man dann immer unter den weißen Abdeckungen hier zum Beispiel. Ja, und wir haben 14 Kameras hier drin. Zusammen läuft das alles in einem Rechner im Innenraum. Der ist ja gekühlt natürlich, hat noch ein Backup da drin und dieser Rechner soll ein dreidimensionales Bild formen. Ja, wenn man den Christian Buhlmann fragt, dann sagt er, das ist genau das, was sich Menschen eben nicht vorstellen können. So, so viel zur Technik. Ihr seht hier oben zum Beispiel Kameras. Ihr seht den Radarsensor ganz oben. Seht den hier. Ihr seht die Lidare da auch. Also das Auto ist ganz schön verbaut. Trotz allem darf, kann, will, soll und muss ich euch ganz viel zu dem ID-Bus erzählen. Wenn ihr den von vorne anschaut, dann seht ihr schon, dass die Scheibe hier relativ aufrecht steht. Ihr seht auch, dass die, naja, so aussieht, als würde. Also für den Bus finde ich nicht, dass die Scheibe sonderlich aufrecht steht. Also wenn ich mir da den alten T1 oder sowas noch anschaue, dann war die deutlich aufrechter gestanden. Also die steht schon relativ flach für den Bus. Für den Pkw steht es, oder für den Sportwagen steht es auf einem anderen Blatt. Aber für den Bus finde ich jetzt nicht, dass die Scheibe so aufrecht steht, oder? Was findet ihr? Quasi hier rauskommen, quasi aus der Haube hier vorne. Und dann haben wir hier ein großes VW-Logo. War auch schon mal größer. Weiß auf schwarz, Kamera nach vorne. Hier unten seht ihr ein Element, was ich nicht glaube, dass es so in der Serie kommen wird. Auch nochmal mit dem Sensor da unten. Und ansonsten ist es natürlich sehr spannend, wenn man ins Profil geht, ist dieses Auto, und das habe ich euch eingangs erzählt, ideal geeignet als People Mover. So war auch der Arbeitstitel für dieses Auto, was im Grunde auch in Arbeit ist. Also hier sieht man es jetzt nochmal. Die Kühlehaube steht schon weit vor. Also das haben wir ja immer gedacht bei den Testfahrten über die Alpen, dass das irgendwie aufgebaut ist oder sowas als Shrek. Dass es der Wahoo-Effekt gesteigert wird bei der Weltpremiere. Leute, wir müssen uns daran gewöhnen, das ist die Front vom ID-Bus. Also dieser Hubbel wird hier kommen. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, ich sage euch offen und ehrlich, ob ich das jetzt gut oder schlecht oder neutral finden soll oder ist einfach so. Ja, weiß ich nicht. Ihr könnt es mir ja gerne schreiben. Wie gesagt, die Scheibe finde ich nicht für den Bus sonderlich aufrecht. Also ich finde es schon sehr flach, sehr aerodynamisch für den Bus. Ist erstmal, warum? Wir haben hier ein Auto, was 4,70 Meter lang ist. Das ist der kurze Radstand mit knapp über 3 Metern. Es gibt dann noch einen langen Radstand und ein Auto, was dann länger sein wird mit etwa 5 Metern Länge. Normalerweise ist der Heck getrieben. Man wird aber auch eine Allrad-Version bekommen. Auch erst 23. Wenn man mit VW-Nutzfahrzeugen spricht, dann sagt man, okay, also der ganz kleine Akku, den ihr im ID.4 zum Beispiel kennt, der macht keinen Sinn in so einem großen Auto. Also wird man vermutlich mit der 77 Kilowattstunden fassenden Version beginnen. Der Akku sitzt hier unten. Der Vorteil beim Akku, der tief zwischen den Achsen liegt, ist nicht nur ein tiefer Schwerpunkt, sondern auch sehr viel Platz im Innenraum. Innenraum darf ich euch leider noch nicht zeigen. Kofferraum darf ich euch auch noch nicht zeigen. Er kann sagen, dass nach aktuellem Stand mit der kleineren Akku-Version hier eine Reichweite von vielleicht 400 Kilometer zugänglich wäre. Allerdings haben wir hier ja auch noch relativ viele Systeme, die eben auch noch sehr viel Energie fressen. Was jetzt interessant ist, schaut euch die Überhänge an vorne. Das ist wirklich gut. Ihr könnt auch schon so ein bisschen hinter der Folierung die Leuchten erkennen. Ich vermute mal, es wird LED-Licht serienmäßig sein. Matrix-LED-Licht mit quasi einer permanenten Fernlichtwirkung wird optional sein. Zum Felden kann ich euch noch nichts erzählen. Ihr seht die hier. Meiner Meinung nach sind das 19 Zöller aerodynamisch optimiert. Und hier seht ihr zum Beispiel zwei Radarsensoren, ein LIDAR-Sensor. Ihr seht auch, wie aufrecht hier die Scheibe steht, diese kleine Zwischenscheibe hier vorne. Ihr könnt schon echt viel erkennen. Die Frage ist nur, wird es dann so in Serie kommen? Ich gehe schon davon aus. An der Seite relativ flach. Da oben seht ihr auch die ganze Sensorik. Die Beklebung, da seht ihr die Firma Argo AI, bei der Volkswagen Commercial Vehicles beteiligt ist. Moja kennt ihr ja alle. Da fahren ja die Moja Elektroautos schon in Hamburg rum. Es sind 200 Autos, 700 Fahrer. Ihr kennt wahrscheinlich das Bild irgendwie von dem Parkplatz. Und wenn ihr euch jetzt mal das Auto hinten anschaut, dann haben wir hier Radarsensor, Kamera, Kamera, Radar, LIDAR. Ja, und eigentlich sollte es so sein, dass dieses Auto nirgends einen toten Winkel oder überhaupt einen Winkel hat, was es nicht abdeckt. Und das ist spannend, weil da oben 400 Meter, der Sensor misst quasi alles aus auf 400 Meter. Und was macht jetzt das teilautonome Fahren Level 4 aus? Also wenn ihr moderne Assistenzsysteme habt, habt ihr entweder nur eine Kamera, habt ihr nur ein Radar zum Beispiel. Die unterschiedlichen autonomen Fahrstufen 1 bis 5 werde ich auch nochmal in dem Video behandeln. Erzähle ich euch mal. Bin ich aber auch schon mal darauf eingegangen in andere Videos. Hier ist es so, dass wir drei Systeme haben. Und diese drei Systeme, die ich euch erzählt habe, fällt eins aus, habt ihr theoretisch immer noch zwei. Und damit dieses teilautonome Fahren Level 4 mit Jessica in dem EQS. Habt ihr ein Video bei uns mit teilautonomem Fahren Level 3. Das ist eine Stufe weiter. 3 macht doch Tesla. Was jetzt interessant ist, Laden kamen wir hier. Bei dem Akku war das in der Vergangenheit 125 kW Schnellladen und an der Ladesäule Onboard bis zu 11 kW. Ganz spannend, ob es jetzt hier so sein wird in Serienreife, weiß ich einfach nicht. Ja, hier steht es, Self-Driving Testvehikel. Was jetzt vielleicht noch ganz interessant ist, ist natürlich hinten, wie klar die Scheiben sind, wie klar das Auto designt ist. Also all diejenigen, die jetzt gesagt haben, okay, mir ist im Grunde irgendwie der T7 zu spacig, zu verrückt, die werden hier natürlich mit einem noch spacigeren Design, allerdings mit klaren Linien abgeholt aus meiner Sicht. Was wir machen dürfen, hoffe ich zumindest mal, dass euch hier so einen kleinen Einblick über die Leuchten hier hinten geben. Interessant wird auch sein, wenn diese Autos jetzt in München rumfahren, in Zukunft nicht erschrecken. Das ist quasi der Zukunft geschuldet. Was spannend wird, wir sitzen jetzt mal kurz rein. Das Auto hat innen, also ist innen auch total abgeklebt, mit dem serienfertigen ID-Bust dann ganz wenig zu tun. Aber ihr könnt so ein bisschen vielleicht die Platzverhältnisse erhaschen, auch wenn die Sitze noch nichts mit dem fertigen Auto zu tun haben. Kommt mit. Und das ist natürlich jetzt spannend. Vergesst mal, was hier vorne passiert. Vergesst mal die Materialien. Vergesst mal das ganze Plastik, was hier noch drin ist. Das wird dann in der Serie nicht so sein. Aber was interessant ist, und das haben ja viele kritisiert beim T7. Wir haben beim T7 vorne zum ersten Mal so eine Schnauze. Das ist natürlich der Plattform geschuldet. Und hier sehe ich, quasi wie beim T1, nichts. Nur Horizont. Allerdings, was ich komplett vom T1 unterscheide, das ist, schaut mal, wie weit die Scheibe hier vorne weg ist. Das ist ein ganz interessantes Konzept. Aber es ist ein steiles, oder flach. Wenn das Auto dann teilautonomen Level 4 unterwegs sein wird, dann wird hier immer ein Fahrrad drin sitzen. Auch das ist wichtig, einfach für die Sicherheit. Ganz kurz, jetzt gehe ich jetzt doch nochmal drauf ein. Autonomen Level 4 und 5. Unterscheidet sich technisch gar nicht mehr. Bei 4 und 5 muss das Auto komplett selbstständig fahren. Komplett, wenn es eine Situation nicht mehr in der Lage ist, selbstständig anhalten können. Sicher, alles drum und dran. Ein Fahrer muss nichts mehr machen. Der Unterschied zwischen 4 und 5 ist, der Fahrer kann noch etwas machen. Der Fahrer kann eingreifen. Er kann nicht sagen, gut, ich möchte ab jetzt selbst fahren, weil ich Bock drauf habe. Aber bei autonomen Level 5 kann das der Fahrer nicht mehr. Da gibt es kein Lenkrad mehr, da gibt es keine Bremse oder Gas- oder Beschleunigungspedal mehr. Gibt es alles nicht mehr. Der Fahrer, also typisch Taxi, der Fahrer muss dem Fahrzeug vertrauen. Und wenn das Fahrzeug wirklich mal nicht mehr in der Lage ist, muss es ranfahren können und sagen, so, jetzt warte bitte, bis jemand kommt und dir hilft. Bei autonomen Level 4, darum darf man da zum Beispiel auch nicht angetrunken oder betrunken sein oder sowas, hat man die Möglichkeit immer einzugreifen und dann zu sagen, okay, ein Auto ist nicht mehr her der Lage. Er sagt, ich kann jetzt entweder ranfahren oder du übernimmst jetzt, dann kannst du weiterfahren. Das ist der Unterschied zwischen 4 und 5. Technisch, von den Kamerasystemen, von den Lasersystemen, gibt es keinen Unterschied mehr zwischen 4 und 5. Ich mache, glaube ich, gleich im Anschluss mal mein Fazit, weil ich kann euch leider im Fazit noch nicht so viel erzählen. Ich kann euch weder erzählen, was hier eine Fahrt kosten wird, ich kann euch auch keine Tickets verkaufen, ich kann euch nicht erzählen, was dieser Prototyp kostet und ich kann euch leider auch überhaupt noch nicht erzählen, was dann der ID.Bus kosten wird. Ich kann euch nur erzählen, dass ich mich scheiße aufs Auto freue, weil, naja, ich glaube, dass viele Fans der Elektromobilität und vom alten VW-Bus hier, naja, quasi zwei Dinge in einem, was sie mögen, irgendwie vereint bekommen können. Die Frage ist dann, wie sind die Lieferzeiten, die Frage ist dann, wie sind die Reichweiten, die Frage ist dann, wird es irgendwann dieses Auto elektrisch auch als Kalifornier-Version geben, das kann ich euch leider nicht verraten. Was ich euch versprechen kann, ist, dass ich das Auto so früh wie möglich vorstellen werde und ansonsten wäre es eigentlich ganz cool, wenn ihr mal bei unserem Kooperationspartner dann durchschaut, das ist Go Leasy, allerdings haben die den aktuell noch nicht im Leasing, aber in Zukunft irgendwann. Hier seid ihr gelandet bei der Car-Crash-Würgel. Was machen wir? Wir stellen euch jeden Tag eine neue, Entschuldigung bitte, Volkswagen-Nutzfahrzeuge-Karre vor, entweder Jesse oder ich. Abonniert den Kanal, schaut da vorbei, denn da seid ihr umfangreich informiert auf dem Automobilmarkt und sind wir mal ehrlich, in Zukunft wird alles elektrisch werden, deshalb macht das jetzt auch, wenn ihr die reinen Elektro-Freaks seid, uns hier noch ein paar Verbrenner gebt. Ich bin der Jan, bedanke mich bei euch fürs Zusehen und bis bald in einem anderen Zehnen. Tschüss. Tschüss. So, aus Höflichkeit lasse ich natürlich das Video zu Ende laufen, dass der Car-Crash-Review auch seine Werbung platzieren kann. So, ich glaube, das war es. Also vom Fazit her, von meinem Fazit her, danke Jan erst mal, kann ich sagen, ich freue mich auch mega auf dieses Auto. Dieses Auto wird in meinen Augen hammergeil und ich freue mich total drauf. Viel Neues haben wir jetzt nicht gesehen. Das Design ist eins zu eins dem, was durch die Alpen gefahren ist und diesbezüglich haben wir da nichts Neues erfahren. Was Neues hat uns der Jan auch nicht gesagt, was wir jetzt nicht schon wussten. Wir haben jetzt das autonom fahrende Test- oder Prototypenfahrzeug gesehen, was genau so nicht aussehen wird, wenn es autonom in Serie kommt. Wie gesagt, von den Zeiten nochmal, 2022 kommt der ID.Bus raus. Egal ob Sommer oder Herbst, werden diese Autos privat draußen auf den Straßen fahren. Sie werden den kleinen Radstand haben. Sie werden wahrscheinlich noch nicht den größten Akku haben. Weiß man nicht genau. Sie werden einen Heckantrieb haben. Das wissen wir alle schon. 2023 soll dann der große Radstand, der längere Radstand rauskommen. Es soll die Allradvariante rauskommen. Ja, und 2025 soll dann die nach heutigem Wissensstand die autonom fahrende Variante rauskommen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich super einen Daumen hoch freuen und noch mehr über eine Mitgliedschaft meines Kanals. Wie gesagt, ich habe euch das Video bereits verlinkt. Abonniert diesen Kanal und ganz wichtig die Glocke anmachen, damit auch die Videos euch vorgeschlagen werden. Weitere Videos verlinke ich euch oder zeige ich euch da drüben auch zum ID.Bus oder zu anderen Konzepten, die eben die Elektromobilität mit Camping verbinden. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis bald mal wieder hier auf diesem Kanal. Ciao. Ciao.